Analyse Stufe 2 Hier die Stufe Analyse Ver... das Endpflichte wird ein Sensor Verbesserter Sensor kann unterdeckte Hintertüren auch spüren, die dich zu neuen Bereichen der Sistik die dich zu neuen Bereichen der Sistik Aaaaah Verstehe Jetzt auf einmal kann ich neue Welten was Neues entdecken oder wie Willkommen Kubo Du solltest hier speichern Kubo und macht eh einen Einkaufbereich im Kubo Ok Probier das jetzt mal aus Ist das... Kommando Matrix So viel Vitra hab ich So viel Vitra hab ich So viel Vitra Ähm... Ok... Elektrofähiger Zutonado... Elektro Sturm... Na komm... So dann... Mh... Mh... Verlaufen hat gegen die beiden Ausschussspiele Ich weiß welchen er meint Sieht aus als wäre ich im nächsten Sektor Der Vorsprung zu Hercules kann nicht mehr groß sein Wenn ich diesen Tempo weitermache In diesem Sektor trifft mich Hercules Wir können da nicht durch Deswegen müssen wir da hoch Und drücken einen Bekannten Aber erstmal diese Notiz Darin können In hellen Lizenzen In unserer Kürze gewählt werden Lizenzen ist So ist glücklich Die alten Verschwinden Oder sie nach gebraucht Was magst du aus? Ja, ok Verdoppelt für Kampf... Also das sind Lizenzen In meinem Kampf benutzen Verdoppelt für 6 roten Er hat einen Schaden aller Gefährten Er hat... Er hat einen Schaden Von der gegnerischen Hinterhalt Mit dem Sektor hier auf Angländer Es wird alle Zerstörungen Glöcke in der Begebung Was ist gerade passiert? Ich weiß gar nicht was jetzt gerade passiert ist Wer mich gerade angerufen hat oder so ... ... ... ... die bühne die kraft lizenz kann man echt später gegen den boss hier gut gebrochen eine zackgasse ja das willst du und was jetzt und da drin ist jemand müsste jetzt ja jetzt dädan herkules hey nicht schlecht lass mich mal raten herkules da bin ich in der tat doch wer bist du endlich endlich meine zora oder bauchzeit phil hat mich gebeten dich zu suchen er hat dich her geschickt meinen dank und mitgefühl sind dir gewiss nun jedenfalls freue ich mich dich zu treffen phil hat vermutlich erwähnt dass ich der champion dieser arena bin mit ihnen trainiert und ein wahrer held zu werden doch nun doch du musst auch einiges drauf haben sonst stündest du jetzt wohl kaum von mir ach nicht der rede wert ich habe schließlich ein schlüsselschwert bist du auch alle alleine unterwegs ja ich möchte herausfinden was die arena verändert hat ich auch jemand versucht diese welt zu steuern und er steckt vermutlich irgendwo hier was meinst du mit schaden naja die blöcke das labyrinth das alles hängt vermutlich mit ihm zusammen verstehe aber woher weißt du das nur das ist eine lange geschichte ist ein bisschen schwierig zu erklären dann vergiss meine frage einfach wenigstens habe ich jetzt ein klares ziel vor augen also zora wo wir sowieso schon bald hier sind mir zeigst du davon unsere kapitel zu feiern darum ja eine ehre danke alles scheint als wir alle mal in uns den gleichen prüfen ok zora befreien wir die arena ja ok das war schnell gute arbeit hält auch du hast dich wacker geschlagen und so haben wir ihn nur aufgeräumt hast du vielleicht eine idee wer diese welt erschaden könnte da kommt eigentlich nur einer in frage ha das er könig der unterwelt bestimmt hat er seine finger im spiel ok dann sollten wir ihm mal einen besuch abstatten ja so finden wir es wahrscheinlich am schnellsten heraus lässt mich hier so wie kann ich sagen lass uns einen wartpunkt zu gehen und zum nächsten sektor springen das heißt dann wohl dass du gleich ein paar blöcke bersten was genau das hast du auch schon rausgefunden blöcke scheinen dir eine ehe denn hier dein mit tier zu sein ich lass dir gerne den fördern zora herzen brächer ok die neue fertigkeit bekommen wenn ich mir das doch gerne mal angucken ok ach komm ich gehe den anderen weg und herkulas bitte bähmmms bähmmms ok ok das ging schnell und das auch Oh Income bop now Wieso? Komm. Manche Gegner sind hier eklig. Und dann kommt noch ein Eis. Ach das war leicht zu plocken, jetzt. Okay, jetzt fehlt noch ein Gegner. Deine in dieser eh scheiß Gegend. Sof ich dich. Keine, die ist zu steig. und los geht's das ging schnell ich bin mir die alle auf weil ich die später viel mehr gebrauchen werde die glauben wir wirklich dass lehren würde verschwinden wenn sie mich besiegen diese nahe sind sich in ihrer lage nicht im geringsten bewusst zeit wieder ein auftritt mein freund den kerl an der oberstein der märz getroffen was macht er denn hier wenn ein gast auftritt kaum jetzt muss nur einmal treffen und es geklärt irgendwie sind mir die kämpfe zu langweilig weil das ist kein spaß mehr macht weil ich ja alles jetzt schaffen kann so man sieht von schaden her irgendwie nichts nein man kriegt ja wegen sektoren die man macht so viele punkte und das will ich jetzt auch machen so nicht wichser so ho 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 oh sie geht noch ja 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 auch das ist ja putzig alles schatten durch doch ich muss gleich sehen wie viel wie viel ich jetzt gerade jetzt gebraucht habe für diesen sektor allgemein ja jetzt kommt es an die durchklinge und jetzt machen ich habe alles oder es müsste jetzt sein ich habe alles jetzt können zum war punkt dass die runde zusammen und versteckt ihn von einem treffer so ok zu er eine gruppe halten die kann ich echt gut gebrochen aber wir sind es gleich mal wieder ok weiter geht's wir haben noch fünf minuten also kann ich das jetzt noch machen scheiß drauf jetzt werde ich mal ein paar dinge ersetzen mit das hier das hier und habe ich nicht irgendwas noch nein okay jetzt habe ich nur zwei übrig die wir helfen jetzt momentan auch nicht weiter kommende matrix geht doch und so fehlt noch was das wird doch noch was ok los geht's ich glaube es kommen zwei ebenen oder so öffnet sich wirklich eine weg zur nächsten welt wenn ich die beiden besiege aber natürlich außerdem sind wir sie wird sich dir was da in einem des wahren eines wahren heldentums erschießen danach suchst du doch oder du willst deine von schwächen gezeichnete vergangenheit doch hinter dir lassen oder raub diesen möglichkeiten mächtigen helden ihre kraft zumalmesehens zu starb glaub ich ja nicht dass du mir was zu befehlen kannst dieses mein kampf also kommen wir nicht in die quere ja ja cloud sagst du jetzt und dann auf scheiße schnell weg gedrückt ist sowieso was unwichtiges gewesen oder es geht um diesen gegnern das kommt es gibt einen speziellen gegner der ist eklig der kommt gleich von da kommt gleich also der hier der ist ein spezieller gegner okay jetzt geht's ab der abstand mal gereinigt Jetzt kommt das spezielle Gegner Seht ihr diese komische Wolke da? So, das sind spezielle Gegner Das wollten die auch sagen Faktus Klinge Faktus Klinge Stufe 2 Warte, warte Bei diesem Kack hier Also bei diesem Level sind Richtig beschissen Weil man sieht es ja Faktus Klinge Stufe 3